okay weiter geht's wir haben ein land verloren echt jetzt wo keine ahnung muss ich nicht verstehen oder da tauschen wir gegen troll gut und dann können wir angreifen dann machen wir das lieber stück für stück die kommen nach vorne naja da geht auch noch ein stück nach vorne 30 aber der ist 45 diesen 40 katapult perfekt sagen sind die ganz vorne der kraft da und kommt das alles einfach dort hin da kann ich ja leider nicht angreifen geht nicht haben wir herausgefunden 360 ist aber schon sehr wenig so ganz super läuft das jetzt doch noch nicht da unten warte perfekt da geht was da kann ich da kann ich leute hinschieben ist gut den darf ich benutzen ich darf nur nicht nach vorn gehen hurra so da wird nur das aus da bild mit na warte mal jetzt habe ich falsch ausgebildet oder na genau mein fehler habe ich letztes mal falsch gebaut wo noch hier ist falsch da muss sowas hin ich will es ja einheitlich haben so jetzt muss passen gut haben alle ihre befehle dann los hat sich zurückgezogen hat sich zurückgezogen hat sich zurückgezogen da kann man greifen hat sich zurückgezogen der gibt mir das wow das war easy 8 diesen gehört lol ok pass auf das war das war easy doch ok dann nehmen wir es in rot und passt ein die können alle nach isengard ok na ist egal sieht man irgendwas rüber gut ist es egal ist voll egal hauptsache da ist zeugs drin genau äh da steht suboptimal dann schieben wir da hoch der geht dahin der kann da stehen bleiben ich brauche allerdings hier truppen ja und hier kann ich zeugs nach vorne bringen immer schön ausbilden nicht vergessen baum olifanten ist neu viel besser viel stärker wir haben ja muckis als so ein troll da der geht darüber da stehen wir safe da müssen wir noch ein dingsbums bauen hey ich will ein dingsbums bauen schlachthaus so und die fanden dann diese leute ach hier war nur ein fehler richtig ok gut ganz kurz speichern sicher ist sicher und dann schauen wir mal der zieht sich zurück die ziehen sich zurück äh ziehen sich zurück ziehen sich zurück ok da müssen wir kämpfen weil sie sich nicht zurückziehen können das ist das gute äh die hauen wir jetzt einfach mal ganz schnell weg und gut ist ja pfff gut ah fast fast geschafft dann geht nur noch theoretisch der Fangbord fehlen den wir nicht machen können also ja du kannst du so nur hinzuhören ja ja der Troll da macht uns jetzt nix oder ne zwei Höhlen Fräule gleich gut gut ok verdammt so sollen sie sollen sie machen wie sie meinen stört er nicht ich suche aber nicht die Gebäude sondern die Baumeister genau sie laufen so der ist weg ahhh brenn das heißt dass ich ne Festung bauen werde so so hau weg ja die Heilung hat es nicht gebracht wir müssen zurück an die Arbeit ihr wisst was zu tun ich mag den Rotorn pass nicht so ist es raus könnten die jetzt gegeneinander kämpfen könnten die jetzt gegeneinander kämpfen bitte ich bin mir nicht sicher ob das wirklich funktioniert was die da machen ist alles irgendwie sehr seltsam so so Katapulte hierhin so Katapulte hierhin den oh das tut weh wow genau erstmal dem Alarmbaum weghauen was ist denn da hier schon oh man wie schlecht wo sind meine Ostlinge da hat schon schon wieder irgendwas hinterher Idioten Baumeister ist tot nein der ist tot der überlebt es nicht machst nix ist so du bist der Bote du bist tot das bist du Saurons Mund wird nie mehr sprechen wie schlimm so jetzt habe ich mich doch da unten vorgekämpft vielleicht kann ich eine Barrikade bauen das wird sehr gut sein wo sind die Baumeister ah da oben war ich nur ein Treu als Schutz so ein Feind ist vernichtet Festung ist fertig viel ausbilden brauche ich da jetzt eigentlich gar nicht kann ich eigentlich hier so rund rum Zeugs bauen und gut ist ja der Halter der ist nervig aber der macht das auch nichts so 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 na gut ganz ohne ausbilden werde ich es wohl nicht schaffen ne so so wo sind wir noch hier ah da hat es ein Gasthaus guck mal einer an darum sollte ich mich natürlich kümmern so jetzt habe ich hier eine nutzlose Festung mal sehen mal sehen ich sollte vielleicht wirklich gleich einfach ein Haradrim Palast bauen so gut ist oder ich oh der ist so teuer der ist echt teuer so so jetzt kann es da hingehen mach dich jetzt mach dich jetzt mach dich fertig Wappen jetzt komm schon machst du diese coolen Pfeile schneller zack 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 und weiter nein ich werde ein Katapult verlieren nein das war knapp ich glaube fast dass die Feuerpfeile hier mehr Schaden machen als die Katapulte naja nein da denke ich falsch na hier hat ein Vorposten, na danke ich könnte Morrock mir nochmal ausbilden wäre möglich ist der Baumesser tot? ne ach paar Wölfe das macht nix schieß doch ok ich glaube mal dass ich das gewonnen habe ich wollte eigentlich gar nicht ich kreis den ganzen Mist einfach wieder ab weil ich möchte Morrock mir wieder haben weil ich möchte Morrock mir wieder haben vertei dich das Schlafhaus und ich weiß dass der noch einige Zeit braucht bevor der bereit ist also heißt es warten die ich will sie nämlich wirklich wieder dabei haben hier gibt es immer aber dann bauen wir Rat im Palast halt nochmal neu auf so und zerstören wir das mal gut ok das passt schon das machen die und dann können sie anwalten na los hier kann man nicht bauen ja die paar Wölfe gefährlich das ist gut können wir ein paar Radram ausbilden auf die Bogenschützen verzichte ich jetzt erstmal wir kämpfen für Morro nein der wird nicht rechtzeitig fertig kann ich schon vergessen schade na gut wie dem auch sei dann halt nicht dann baue ich den gestern auf der Karte neu auf und so gut ist äh hätten mir aber gefallen wenn ich in dieser Runde wieder Cut hätte nein ok sei es drum wollen wir noch Kämpfe Fornost Freeven ja Freeven ich renne da einfach rein mit den Trollen und das war's weil viel schafft er nicht ich glaube ich sehe einen Marktplatz auf dem Bild also Katapult sich auf jeden Fall und ein Pfeilturm auch sogar 3 da hinten ist noch einer 4 5 6 ein Tor Marktplatz ein Gasthaus hm ja rennt es einfach durch wenn du das ich dachte wir sind fertig wir haben viel zu tun so aber hier habe ich wieder einen dazardock dabei das gefällt mir schon sehr gut was was lol ok ha stark ok gut wieso denn auch nicht hier hatte es mal eine Mauer die wurde aber über die Jahre zerstört was ist das denn oh ich ein Kampfturm aber der gehört niemandem nice ok interessant genau hier der erste Wall war kaputt der zweite steht dann noch also nirgends gewesen hier hat so fette Turm Zitadellenteile die allerdings leider gar keinen gar keine Funktion haben wenn ich mich richtig erinnere naja da brauchen wir jetzt auch nicht alle Trolle hinterher wow 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 bring dich mal in Sicherheit renn schnell wow das war knapp man das war echt knapp aber ist halt ein Mario ne so Wort der Macht wams ich glaub das war gar nicht so schlecht ne schaut ok aus schön dass er mir hier schon alles auf was oh Gravornholde oder was ruft der keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung was das war dieses Eistingsbums aber es war auf jeden Fall irgendwas nur nix sinnvolles wie viel macht denn der Blitz jetzt Schaden auch gut Schaden kommschauen und wams schön viele Trolle und Zeugs ah ne die leben ja noch alle perfekt wams ja aber ich mag keine Gasthäuser obwohl sie manchmal ganz nützlich sind wenn man wenn man Elben ist oder so glaube ich kriegt man Hobbits und schlecht sind die nicht also die halten zwar nicht viel aus sind noch nicht viele in so einem Batallion aber sie sind ziemlich stark der Schaden ist halt enorm ne der Schaden ist echt brutal wie der Typ halt einfach mal ausrastet wie der Org so geht's da hoch ach ja die hauen da unten hin und da oben geht alles kaputt natürlich ja weiß ich Bescheid alles klar ich hör dir zu wie wärs hier feuer den noch ok gewonnen noch nicht ich glaub das hier muss ich noch zu sterben oder nein okay die Hälfte rennt so rum die rennt so rum ich glaube ach ich bau einfach weiter Schlachthäuser sch ist egal was auch immer da böses hat ist relativ uninteressant so nem komischem Kult egal ach die können da hoch springen ähm what können die da auch runter jumpen öha natürlich klar wieso nicht akzeptieren wir jetzt einfach mal so wo ist der gegnerische Baumeister irgendwo muss er noch was haben aber ich finde ihn nicht Boa der Held sieht halt gar nichts allein ist der ziemlich gut langsam ja schnell jeder Vorsicht ja wir brauchen einen neuen Bord! wo singt jetzt meine Tronne und alles? Irgendwo muss aber was... keine Ahnung keine Ahnung aber okay soll soll mir von mir aus, okay wir haben den Gegner vernichtet ich glaub die Elben sind gestorben also speichere ich ab weil die Elben sind tot und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Aufnahme Session angelangt Elben und Zwerge sind bereits gefallen alles klar gut dann bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen wirklich dankeschön und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste mal wieder ich hoffe ihr hattet Spaß und wir werden uns das nächste mal wieder sehen wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag auch wenn es gerade ein bisschen regnet aber vielleicht ist Bombenwetter wenn ihr euch das anschaut oder ihr hattet einfach einen geilen Tag ich wünsche es euch und man sieht sich macht's gut bis dann Ciao!